Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mad Games Tycoon und Freunde, was soll ich sagen, es gab ein Update und ein Safecrash. Ja, wieder mal und ich lasse mich nicht unterkriegen, ich will es mit euch schaffen, endlich verkackte Konsolen zu bauen. Ich haue jetzt schon eigentlich jeden Tag eine Folge raus und trotzdem sind wir jetzt bis was, Folge 9 gekommen und schon wieder ein Update mit Safecrash. Aber gut, dann fangen wir halt wieder von neu an. Ich mache das, ich ziehe das so lange durch, bis ich euch das gezeigt habe mit den Konsolen. Ich weiß jetzt auch wieder mal nicht, was neu dazugekommen ist oder so, Freunde. Das tut mir natürlich leid. Ich habe, naja, es ist ein bisschen ärgerlich, aber so ist es halt. Wir machen hier wieder unseren kleinen Raum, unseren Schreibtisch hier rein und dann geht es los, Freunde. Wir werden das trotzdem, irgendwann werden wir es schaffen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. So, hier 13.000 erstmal verdienen, zack, ab, ey, hallo, hallo, du sollst schon rein. So, 13.000 verdienen, dass wir wieder ein bisschen Geld haben, ne, weil größer wie der Raum geht nicht am Anfang, hat man ja gerade gesehen. So, jetzt müssen wir ein bisschen sparen, um unser Geld, äh, um unser erstes Spiel zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, was das kostet. Äh, gute Frage. Kostet das 30.000 und so? Warte, wir haben noch einen Auftrag, den nehmen wir erst einmal noch. So, dann schauen wir mal. Spiel entwickeln. Egal welcher Name, Puckmann, ja, von mir aus. Thema wählen. Haustiere. Was, Zielgruppe? Wow. Was denn das jetzt? Zielgruppe? Eine Zielgruppe wählen. Wo soll ich denn wissen, für was? Es wird ein Kinderspiel. Okay. Es wird ein Kinderspiel, es wird ein Arcade-Spiel mit Haustieren. Was ist das? Also, hauptsächlich, okay. Das ist, glaube ich, auch neu, dass es angezeigt wird. Ohne Engine 33.000. Das haben wir. Ein B-Titel, Haustiere für Kinder. Arcade-Spiel. Heißt Puckmann. Heißt es Puckmann? Nee, gefällt mir nicht. Wie nennen wir das dann? Wie nennen wir das dann? Vielleicht finden wir hier was Schönes. Nein, 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 nein. Ico. Ico könnte irgendein Tier sein, ist okay. Also ein Tiername zumindest. Gut. Ico. Unser erstes Spiel. Arcade-Spiel. Es wird für PC rauskommen, ja. 38.000. Noch haben wir das Geld. So, wie war das? So. So. Und so, glaube ich, oder? Ich hoffe, ich verboxte es. Ich glaube, so war unsere Einstellung für Arcade-Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es ja gleich rausfinden. Was kostet das, wenn wir es für alle raus... Oh, viel zu viel. Okay. Gibt es nur für die zwei Länder. Oder nur für Deutschland erst mal? Sparen wir nochmal 5.000. Machen wir erstmal nur für Deutsche. Das war 40. Und der Rest 20. Oder war das nicht so? Ich glaube schon. So irgendwie müsste es gewesen sein. So. Und wir starten. Und wir machen auch schnell. Und machen unser erstes Spiel. Okay. Hype. Es gibt jetzt einen Hype in diesen Spiel. Okay. Wir finden die Neuerungen auch so, Freunde. Gut. Ohne, dass ich es lese. So. Publisher suchen. Hier. Gibt ja eh keinen stärkerer. Und das ist eh gut. Zack. Aha. Spiel ist gleiche Genre. Gleiche Thema. Okay. Erstes Spiel. Bla bla. Das wissen wir. Ja gut. Fürs erste Spiel. 28. 29%. Genre im Trend. Hm. Plus werden wir bestimmt nicht machen damit. Aber. Macht ja nichts, Freunde. Macht ja nichts. Ich habe einen Kommentar gekriegt. Jemand schafft das tatsächlich mit den ersten Spielen Gewinn zu machen. Da muss ich noch ein wenig üben, wenn ich mir das angucke. Aber obwohl, fürs erste Spiel war das eh hallo. Auf einmal war das weg. 1200 Mal verkauft. Gut. Ohne Engine und so. Ähm. Können wir uns das schon leisten? 3 mal 5. 19.000. Ja. Können wir. Können wir uns leisten? Sehr schön. So. Unsere kleine Forschung ist da. Aber. Forschen können wir noch nichts. Da wir kein Geld haben. Wie immer. Das liebe Geld. Das macht uns fertig. Aber naja. Wir haben keine Ausgaben groß. Außer für das Gebäude. Ich weiß gar nicht. Was kostet das Spaß? 150 im Monat. Also damit können wir noch eine Weile leben. Wenn keine Aufträge reinkommen sollten. Aber es kommen zumindest kleine. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt. Wo wir wieder um jeden Dollar glücklich sind. Und wir warten und warten und warten. Wie so oft. Na. Da sind wir. Da. Schade. Bestimmt sind wir da ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Wir hätten fast das Spiel des Jahres gemacht. 100%. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. So. Wir werden einen Schreibtisch kaufen. Weil ich will nicht einen Schreibtisch da jedes Mal hin und her schieben. Das nervt mich. Das nervt mich. Deswegen machen wir das. Und gucken. Können wir was forschen? 10.000 ist doch bitte. Ja. Da ist doch was. Gumm. Spy-Technik. Zack. Forschen. So nebenbei. Na. Diese Joystick. Das benutze ich nie. Wir müssen mal einen Flugsimulator oder so machen. Dann könnten wir einen Joystick benutzen eigentlich. Aber ansonsten. Joystick. Für was ist das noch? Für einen Flug? Für... Jetzt können wir eh nichts. Jetzt sollte wieder ein Auftrag reinkommen bitte. Und zwar ein großer. Ja. Aber ohne jetzt Joystick. Ist doch eigentlich nur für Flugsimulatoren. Oder geeignet? Für was noch? Fällt gerade nichts ein. Hm. Auftrag. 14.000. Jawohl. Dann können wir gleich nochmal forschen. Das wird 10.000. Ach schön. Naja. Zumindest beherrschen wir den Anfang. Wir wissen wie das funktioniert hier. Neue Engine. Das ist nicht schön. Warte. Aber das ist jetzt wichtig. Erstmal hier den Auftrag nehmen. Und... Nein. Da nehmen wir nicht teil. Und du gehst da rüber. Mach den Auftrag kurz. Dann schaue ich mal kurz die Engine an. 6 Features. Arcade Engine. Ey. Was soll das? Machen die auch noch eine Arcade Engine. Frechheit. Frechheit, Freunde. Das ist unser Steppenpferd am Anfang. Na? Eigentlich. Glaub's ja nicht. Glaub's ja nicht. Ja. Und jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Forschungen rein. Wir können's uns nicht leisten. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber... Müssen wir durch. Müssen wir durch. Wir kennen ja den Anfang. So. Hey. Hallo. Nicht strecken. Machen. Streckt das nicht erst. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, Freunde. Ja. Nochmal 7000. Das ist sehr gut. Du gehst nochmal hier rüber. Hier tun wir schon mal einstellen. Was machen wir als nächstes? Das hier. Die Grafik. Grafik ist gut. Grafik ist schön. So. Wobei. Grafik natürlich nicht alles ist in dem Spiel. Das. Sieht man ja immer wieder auch auf meinem Kanal. Ne? Hier. Das hier. Gut. Das sieht nicht schlecht aus. Aber. Es gibt natürlich. Ich spiele ja sehr viel Indie Titel und Early Access Titel auf meinem Kanal. Und da sind sie oft nicht so weit. Wenn ich überlege. Wann ich privat zumindest angefangen habe. 7 Days to Die anzuzocken. Und. Wie das da ausgesehen hat am Anfang. Wir sind schon drei Jahre dabei. Okay. Ähm. Hat sich da einiges getan. So. Deswegen. Solche Entwickler kann man auch gerne unterstützen. Die Gefahr bei Early Access ist natürlich immer, dass die mit dem Geld abhauen. Das ist. Das Problem an dieser Sache. So. Was brauchen wir denn? Speichern brauchen wir auf jeden Fall. Speichern ist wichtig in Spielen, Freunde. So. Ja. Alleine dauert das natürlich wieder alles sehr viel länger. Wir hatten schon so gute Mitarbeiter. Aber. 14.000 nehmen wir gerne mit. Der da unten geht mir langsam auf den Start. Kann man den ausschalten? Ähm. Gameplay? Steht es? Beraterhinweis. Ist es ein Beraterhinweis? Ah ne. Das da ist das glaube. Okay. Mal sehen. Wir schauen mal. Ja. Das ist jetzt noch drin. Ich habe das gerade ausgeschalten. Was soll das? Wir forschen und wir wissen, wir dürfen nicht zu viel reinpacken, weil sonst die Engine viel zu teuer wird für uns und wir da ewig drauf sparen müssen. Wobei gerade sieht es ganz gut aus mit dem Geld. Also wir kommen mit der Forschung hinterher und so und wir dürfen natürlich auch nicht zu eine schlechte Engine bauen. Das ist natürlich auch ein Problem. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt wieder schwerer geworden sein soll, dieses Spiel auf Legendär. Das ist eine gute Frage. Hatten ja einige bemängelt, dass man nicht mehr auf Legendär spielen kann. Wobei ich das nicht gemerkt habe. Ich weiß nicht. Hm. Habe ich aber schon ein paar Mal angesprochen. Vielleicht hatte ich auch nur Glück. Ich weiß es nicht, woran es lag. Oder wir haben einfach eine perfekte Technik hier gefunden. Wie man auf Legendär startet. Wenn man geduldig ist natürlich. Geduld ist das A und O. So, komm, forschen wir ein bisschen schneller, mein Freund. Das wäre sehr, sehr schön. Wir könnten jetzt natürlich schon jemand einstellen, aber den werden wir wahrscheinlich irgendwann wieder entlassen müssen. Und das wäre dann sehr, sehr ärgerlich. Wenn einer bei uns viel lernt und dann auf einmal müssen wir ihn wieder raushauen. Das ist natürlich sehr, sehr blöd. Komm, mach mal fertig, bevor wir hier rüber gehen. Wir haben da hinten genug Zeit, so. Äh, nein, nicht Sonstiges. Das wird noch ein wenig dauern, bis wir Sonstiges erforschen. Ähm, KI. Und ich würde sagen, nach der... Ah, die 3D. Aha. Ich wollte noch Squalling machen und dann unsere erste Engine eigentlich. Hm. Und die Grafik. Ja, natürlich. Haut mir die Sachen um die Ohren. Mann. Unglaublich. Äh, 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 äh. So, nochmal. Oh, wir kriegen diesmal richtig gute Aufträge. Ich habe doch auf Legendär gedrückt, oder? Ich denke schon. Ihr habt es ja gesehen. Es ist eine Aufnahme. So, 101.000, ja. Läuft ganz gut gerade, ne? Von Gelder. Wenn er noch ein bisschen schneller wäre... Oh, Artis 2. Das ist sehr unschön. Das ist sehr, sehr unschön. 11. Oh, 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 oh. Artis könnte unser Konkurrent werden, ne? Ähm, in der Engine-Entwicklung oder in der Engine... Im Engine-Verkauf. Das ist unschön. Das habe ich nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Ach, nicht forschen, sonstiges hier, ähm... Erstmal Scrolling. Ich denke, dann machen wir unsere erste Engine. Und dann werden wir forschen. Ich hoffe, unser Geld reicht. Dann forschen wir weiter. Ist schwierig, ne? Haben wir denn irgendwie einen Superstar? Nö. Nö. Wieder nur welche mit ganz großen Erwartungen hier. Ja gut, hier nicht, aber... Das brauchen wir ja nicht. So einen Superstar hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar eingestellt. Aber... Gibt es leider nicht. So, ich würde sagen, wir machen jetzt unsere erste Engine. Wenn wir es denn vom Geld her können. Nein, können wir nicht. Okay. Dann machen wir nicht unsere erste Engine. Dann müssen wir doch nochmal forschen. Obwohl, dann wird sie wieder teurer, ne? Was haben wir denn hier noch? Ähm... 3D. Brauchen wir das jetzt schon? Ich würde sagen, wir machen noch die Grafik in 16 Farben rein. Und dann sparen wir jetzt, dass wir unsere erste Engine bauen können. Ich hoffe, hier unten kommt bald... Ah ja, da ist schon was. Ah gut. Aber 7000. Ey, tja. Wir brauchen doch Geld. Was soll denn das? Wir brauchen viel, 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 viel mehr Geld. Da sind wir nicht dabei. Wir haben keine Spiele gemacht. Lass das. So, jetzt bräuchten wir Aufträge. Das war ziemlich viele. Das wäre, was weiß ich, 120.000. Wird das Spaß jetzt bestimmt kosten, das zu entwickeln. Gerade waren es 99, jetzt haben wir noch ein Feature mehr zu verbauen oder rein zu programmieren. So, wir müssen jetzt auf Aufträge warten, Freund. Dass wir unsere Engine rausbekommen. Auftrag, Auftrag. 20.000, jawohl. Verkack ihn bloß nicht, mein Freund. So, 105. Sollen wir nochmal reingucken? 139. Was ist der Fall? Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Noch ein Auftrag. Oh, nochmal 20.000. Jawohl. Jetzt sind wir gleich... Jetzt noch so zwei Aufträge wahrscheinlich. Weil nochmal so einen großen werden wir wohl kaum kriegen. Und dann können wir unsere erste Engine programmieren, Freunde. Oh, nochmal 19.000. Jawohl. Jetzt muss ich nochmal kurz reinschauen. Wie viele Features haben wir? Das habe ich jetzt natürlich wieder nach geguckt. Ich noob. So, das wären neun Features. Okay. Das heißt, wir sind schlechter wie die hier. Die hier. 20.026 Prozent. Okay. Okay, okay, okay. Optimiert für Arcade. Die nennen wir natürlich auch wieder Arcade. Ähm, mit allen Features bitte. Äh, jetzt machen wir mal 15 Prozent und 10.000, oder? Ich glaube, das ist fair. 10.000, 15 Prozent. Ja, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr fair. So, wir brauchen das Geld ja auch, um weiter zu forschen und so. Nur mit Aufträgen, das wissen wir, wird das schwierig. Kann das sein, dass wir insgesamt länger brauchen seit dem Update für Sachen, wie forschen und so? Das ging doch immer schneller hier, so eine Engine zu bauen. Oder bin ich jetzt verwirrt? Das könnte auch sein. Daran könnte es auch liegen. Hm. Komm, mach schneller, wir haben einen Auftrag. Wir können Kohle verdienen. Hm. 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 Zack, und Auftrag auf 5.000, wirklich. So, dafür werden wir nichts forschen können für 10.000. Nein. Nope. Leider nicht. Jetzt hoffe ich, dass die irgendeiner kauft. Das wäre jetzt sehr, sehr schön. Da ist aber gerade eine Wirtschaftssimulation drin. Hm. Wirtschaftssimulation mit Sing? Muss man da einen Star rausbringen? Oder wie soll ich mir dieses Spiel vorstellen? Hm. Wer weiß. Vielleicht ist man Manager von irgendeinem aufstrebenden Gesangstalent. Könnte sein. Eventuell. Hm. Hm. So. Ah, da ist er. Ich wollte gerade meckern, dass wir keine Aufträge kriegen. So. Feature. Eins war noch. Ja, gut. Wir müssen es ja rein machen. Das ist ja das Problem. Aber, na. Naja. So, es könnte jetzt auch jemand die Engine kaufen. Sie steht zum Verkauf. Können wir irgendwo Werbung machen? Das wäre wirklich schön. Werbung irgendwie für die Engine oder für unsere Dienste hier. Dass wir Auftragsarbeiten machen. Sowas würde ich gar nicht blöd finden. So wie man später Werbung für die Spiele machen kann. Praktisch auch Werbung hier für den eigenen Betrieb. Wäre doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Neue Engine schon wieder. Ja, super. So, wir müssen uns das jetzt hier rüber verziehen. Warten und warten. Warten, warten, warten. Aber, auf was ihr nicht warten müsst, ist das Ende dieser Folge, Freunde. Ja. Wie gesagt, wir sind wieder am Anfang. Es wird wieder eine Weile dauern, bis wir da sind, wo wir letztes Mal waren. Aber, so ist es halt. Ich werde es nicht aufgeben. Zumindest, solange ihr noch dran Spaß habt. Ne, wenn ihr sagt, ey, jetzt reicht's mir oder jetzt reicht's uns, ich schnauze voll, dann werde ich es privat weiterspielen oder so. Aber, solange ihr Spaß daran habt, werde ich weiter versuchen, euch die Konsolen zu zeigen, endlich. Das ist unglaublich. Ich hab's auch schon ein paar Mal angesprochen. Und ich könnte natürlich auf normal spielen, dann hätte ich das euch wahrscheinlich schon lange zeigen können, weil das viel, viel schneller geht. Aber das möchte ich nicht. Nein. Einfach nur nein. Gut, Freunde. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.